In diesem Video geht es um die besten Bodenwischer. Der Qualitätssieger in unserem Bodenwischertest geht an den Vileda Ultramat. Mit dem Vileda Ultramat XL Turbo Komplett Set werden Hartböden im Handumdrehen gewischt. Die Wischerplatte des Ultramat XL ist 20% länger als beim Ultramat Standardsystem. Dadurch wird mit einem Zug mehr Fläche gereinigt. Der Mikrofaserwischbezug nimmt Staub und Schmutz restlos auf. Im Rotationseimer lässt sich der Bezug bequem ausbringen. Der Ultramat XL Bodenwischer lässt sich über den Hebel einfach per Fußdruck zusammenklappen. Sie müssen sich nicht bücken und schonen Ihren Rücken. Dank der großen Öffnung können Sie den Ultramat XL Bodenwischer einfach in den Rotationseimer einführen und den Bezug gründlich auswaschen. Über das Fußpedal am Rotationseimer setzen Sie die Schleuder in Gang. Schmutz und Wasser werden aus dem Bezug in den Eimer geschleudert. Mit dem großen Ultramat XL Bodenwischer erreichen Sie Ecken, Kanten und schwer zugängliche Flächen problemlos. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Lifehide Bodenwischer. Der Bodenreiniger verfügt über das patentierte Lifehide-Click-System. Dank speziellem Aufsatz sind verschiedene Reinigungsgeräte in Kombination mit dem Stahlstiel möglich. Mit dem Bodenwischer Profi wird der Rücken nicht belastet, denn er lässt sich ohne Bücken per Fußklick bedienen. Ideal geeignet für die separat erhältliche Wischtuchpresse. Der Schrubber mit Stiel 146 cm aus hochwertigem Stahl besitzt eine Wischbreite von 42 cm und ein 360-Grad-Drehgelenk, sodass ein bequemes Wischen in kurzer Zeit möglich ist. Der Lifehide-Zwei-Faser-Wischbezug ist ein Allround-Talent, er löst Schmutz auf Laminat und Steinböden. Feinste Borsten reinigen hartnäckige Verschmutzungen ohne Kraftanstrengung. Dank des stabilen dreierteiligen Stiels benötigt der Wischmop 40% weniger Verpackung als sein Vorgänger und reduziert folglich den Verpackungsmüll. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Bodenwischer-Test ist der Bella Baby Bodenwischer. Unschädlich für den Boden, wiederverwendbares Mikrofaser-Pad von dem Bodenwischer für alle Bodentypen wie Hartholz, Laminat, Keramikfliesen und so weiter. Kein Bücken, kein Eimer. Alles, was Sie tun müssen, ist den praktischen Auslöser am Griff von dem Sprühwischer zu drücken, um den benötigten Kaltwassernebel zu erhalten. Machen Sie die Bodenreinigung einfach und unkompliziert. Der Sprühwischer ausgestattet mit einem 360-Grad-Drehkopf, kann er den Staub unter dem Sofa, dem Tisch, dem Bett oder jeder anderen Ecke flexibel reinigen. Entfernen Sie den hartnäckigsten Schmutz, Ölflecken und Pigmente in den Ecken des Hauses. Bringen Sie eine saubere Umwelt. Das Mikrofaser-Pad enthält Millionen mikroskopisch kleiner Fasern, die Schmutz, Staub, Haare und Feuchtigkeit aufnehmen und tief in Risse greifen, um mehr Schmutz aufzunehmen als flache Einwegartikel. Der Wischmob hat vier wiederverwendbare und maschinenwaschbare Mikrofaser-Pads für den Langzeitgebrauch. Die Metallstange des Sprühwischers ist langlebiger als die herkömmliche und löst sich nicht und bricht nicht. Die Lange der Metallstange ist für die meisten Erwachsenen geeignet, ohne sich bücken zu müssen, ergonomische Griffkontrolle und Stangenlänge. Erleichtern Sie die Bodenreinigung. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.